Wir geben jetzt erstmal nur Essen am besten aus. Essen und Holz glaube ich ist es, ne? Ja, Essen und Holz ein bisschen. Wobei wir eigentlich nicht genug Essen haben. So. Ein bisschen geändert. Ich muss mal ein bisschen wieder was zu Essen haben. Essen, Essen! Schuss! Schuss! Ich bin ein Mensch! Ich bin ein Mensch! Tuh! Geh auf den Begriff! Wie viel haben wir denn jetzt hier von den, äh, aller drei Stück? Wer schießt denn auch nicht? Wer schießt denn sich dann Kazan selbst? So, so. Überraschung! Ey, hinter euch sind noch welche. Nur mal so als Info, ne? So ein Heiler wäre wahrscheinlich doch nicht weggekehrt. Klosterplatziere, erzeugt mühen wie 30% mehr. Das wäre natürlich nice. La 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 la. . . . nach kassnobel die märkwerk Sollte es. da wurde oder das will man sich nach vorne nach als ob es nicht mehr wurde viele sind wir denn jetzt dann 115 leute bedarf schon nicht verkehrt mit dem akzept sie nur an der jahre nadal auch das ein Kind nun so schön Spiel wird gespeichert sage ich jetzt mal in der Hoffnung natürlich dass es auch dann so ist warum habe ich nichts mehr zu essen das gibt es ja nicht schlimm hier naja jetzt erstmal weiter hier ist noch ein größeres Goldvorkommen siehe mal einer an ein kleines Dörfchen ist da gewesen die 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 hier mit dem nach kassel so nicht so kloppt der ja gold kommt gleich das ist sehr präkant mit dem elefant die helfen sich ja dann untereinander das ist das ist das ist das ist Ich werde das alles tun. Ich werde das alles tun. Ich werde das alles tun. Ich werde das Anfeuerungen für Slam. da gibt es nette leute habt ihr gehört mal geht's Ja, ja, die zwei laufen da noch hinterher. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde beschossen. Irgendjemand schreit hier. Irgendjemand schreit hier. Hier waren frühere Belagerungen gescheitert, aber Ivan schwor, dass es dieses Mal anders kommen würde. Ich hoffe, Ivan. Ich hoffe. Kommt die auch noch bitte mit hier, Maschinen? Ich hoffe, Ivan. Das ist krumm. Sevent, alle Schreit hier. Dann werden Sie Hair, auf dem Namen. Ich liebe ihn. Es ist krumm. Es ist krumm. Es ist krumm. Es ist krumm. so ich breche die mauern hammer die wucht der moskauer kriegsmaschinerie durchbrach die mächtige außenmauer von kasan doch die stadt hatte noch eine zusätzliche verteidigung eine zweite innere mauer zwischen iwan und der persönlichen leibgarde des kars noch eine mauer das ist aber noch eine mauer ist aber hart es nicht einfach so loslaufen Leute nicht einfach so loslaufen ist immer so sehr blöde sehr blöde Sache was macht ihr denn jetzt hier? müsst ihr nicht essen und so? Toben werden angegriffen ja weiß ich ja die ganze Zeit schon mich hungert so sehr Militier oh oh ok das Viech ist hart das Viech ist echt hart weg hier da bauen wir lieber Hafer an äh So, Freunde, weiter geht's. Nein, 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 nicht hier, da. Geht ihr wohl hier? Sag mal, hört doch mal auf hier. Komm, renn dich. Boah, ich hasse es. Die rennen immer in die falsche Richtung. So. Oh. Oh. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wer schießt denn auf uns? Das ist ja nicht schön, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Ja, ja, ja. Alles gut. Wir reißen hier ja nur ab. Wir reißen hier ja nur ab. Reiß die Bude ab, reiß die Bude ab. Können wir einfach gemeinsam irgendwann abreißen? Das ist, glaube ich, viel einfacher. So, wunderschön. Ich muss ja eh jetzt gleich gucken, wo wir lang können. Ich glaube, hier ist die nächste Mauer. Okay, wir werden auf jeden Fall wieder angegriffen scheinbar. Ah ja, hier. Oh ja. Und da. Und da. Wo rennt ihr denn hin jetzt? Achso, da hoch, das geht auch. Ich will nur noch ein Gold da einnehmen, Junge. Echt jetzt? So. Woll nie! Spiel speichert! Woll nie! Habst du hier, Mann? So. Das Problem hast du denn, mein Freund? Kaputt, hast du gehört? Kaputt. Wo ist dieses angriffsluftige Wachzenschwein? Da. Was holen wir uns jetzt? Da, der lebt. Denifen Sie! Der ist schnell weg. Wir spielen mit Flügel. Wir sind mit Flügel. Da. Da. Das. Wie geht es jetzt? Wie geht's... Da, seiner? Ich gehe auf. Was macht ihr denn da? Ey, lauft mal hier. Ich hab nicht so gerade die Ahnung, glaube ich, gerade. Das war's für heute! wir sammeln sie jetzt einfach alle jetzt nicht mehr jetzt brauchen wir sind nicht mehr sammeln da wird geballt attacke ich möchte noch nicht noch ja schon eine stunde hier das ist ja geschickt die jahre nicht mal 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 Was ist der Fall? Das ist der Fall! Wir sind der Fall! Die Anzehnte! 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 So komm! Holp euch die! Hannehnte! Die Anzehnte! Da kommt auch schon die Verstärkung. So, Ziel erreicht. Ja, natürlich. Ja, wahrscheinlich soll man die Leibgarde jetzt kippe ich jetzt mal. Bisschen aufpassen, dass hier jetzt nicht bezwingen die Leibgarde. Ja, komm mal so fort. Drauf zu, wir wollen jetzt nur gerade... Hier so ein bisschen. Jo, jo, jo. Hier mal ein bisschen. Nein, 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 nein. Ah. Ich streuen so. Können wir uns erstmal hier versammeln, bitte? Danke. Danke. Ich bin dran, brother. Danke, Mann. Ich bin dran, schaust. Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran,azei ich. Mit einem mächtigen Kriegsgeschrei, stürzte sich die Elite-Leibgarde des Khans auf Ivans Truppen. Oh, Backe, die sind bestimmt, äh, irgendwas stärker, wa? Die sind bestimmt, äh, stärker, äh, bezwingt doch mal die Leibgarde, Leibgarde bezwingen, puh, dafür haben wir jetzt auch fast eine Stunde gebraucht. Ivan und die Rus überwältigten die Leibgarde des Khans und eroberten Kazan. Zum ersten Mal begann Moskau damit, die eigenen Grenzen gen Osten auszudehnen und immer weiter abgelegene Gebiete für das Russische Reich zu beanspruchen. Für Ruskia! einen Sieg Mademoiselle ah ne, sein Herr